Ja, wenn ich mir überlege, wie das im Jahr 2008 angefangen hat und was mittlerweile daraus geworden ist, dann ist es wirklich erstaunlich und eines der überhaupt erfolgreichsten Projekte, die wir begleiten dürfen. Wir wollten 2008 die Kinder mit Tarik Kuzun einladen, um am Pfingsten bei Turnieren teilzunehmen. Und jetzt blicken wir auf sieben gemeinsame Jahre zurück und ich denke, das Aushängeschild dieses Breits, die Karriere von Jonas Gebre, ist beispielgebend. Und es sagt eigentlich alles über die Kraft des Sports, des Tennissports, wenn es darum geht, Kinder Bildung näher zu bringen, ihnen eine Chance zu eröffnen, im Leben voranzukommen. Und der Jonas selbst, wie er sich, wenn man es sich vorstellt, bei Kerzenlicht aufs Abitur vorbereitet hat und in der Elendshütte seiner Eltern, seiner Familie und jetzt in den USA studiert. Und es gibt viele Kinder, die ihn als wirkliches Idol betrachten und in seine Fußstapfen treten. Dann berührt einen das sehr, es fasst einen ganz Herz und es ist die Motivation, alles zu tun, um dieses Projekt weiterzubringen. Und Beispiele zu geben, auch für andere. Wie gesagt, ich kann nur hoffen, dass ich unserem Circle of Friends, immerhin kein geringerer als Heilige, besser lasse ich mal für Lautenschläge, die sich hier verwenden, noch weitere Mitglieder finden, die sich in irgendeiner Weise committen und die Botschaft hinaustragen in die Welt. Oder vielleicht eine kleine Spende einrichten, Dauerauftrag oder einfach eine einmalige Zuwendung, um dieses Projekt weiter zu befördern. Soweit von meiner Seite. Herzlich Willkommen im Circle of Friends. Schließen Sie sich uns an. Dankeschön.